Nö, aber es ist nicht schlimm, dass wir alle kennenlernen. Ihr fahrt von der Rampe runter, dann müsst ihr die Taste drücken, da kommt aus dem Auto so ein Fallschirm raus und dann müsst ihr auf verschiedene große Plattformen landen. Je nachdem, wie groß die Plattform ist, kriegt ihr Punkte dafür. Müsst aber auch wirklich draufbleiben. Und du kannst es einfach runterschuppen. Ah, ich habe Steven bei mir am Team, da können wir ja immer gewinnen. So wird der Fall gehörte, das ist, äh, naja, mal gucken. Kara war schon immer mal vorne, ne? Nur das Geld war mir zu schade. Oh, du hast schon? Ja. Okay. Nein, zu früh. Scheiße. Ich kann nicht machen. Du musst einfach jetzt drauf stehen bleiben. Nee, quasi um da die Punkte zu zählen. Da geht's in die nächste Runde, neuer Versuch. Mein Team liegt zwei Punkte vor. Ne, gut. Okay, jetzt habe ich verstanden, wie es geht. Ja, man muss es verstehen, ja. Aber Markus wird betet, dasselbe Ziel, ne? Und mir ist das selbe passiert wie dir, bloß, dass ich es nicht mehr ganz auf die Kante geschafft habe. Ich bin zu flach geflogen. Ich bin zu flach geflogen. Musste hochziehen. Wer war denn der zweite? Markus, fasst du das mit? Ja. Dann haben wir beide die Punkte gerade gemacht. Ich bin zu flach geflogen. Nein. Bleib stehen! Scheiße. Ey, die vier ist so scheiße. Nein. Genau so. Ich bin zu flach geflogen. Ich bin zu flach geflogen. 2 Punkte. So, vorherster Versuch. Ich glaube, ich war gerade der einzige, der die Punkte gemacht hat. Ja. 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 die frage die ich mir gerade stelle ist ja spricht sich aus ich wollte eigentlich durch stoppen davor ja das war ja das war meine schuld jetzt scheiße man es wird acht punkte gewesen so gut und ich konnte eigentlich ganz gut benutze ich bin auf ihm gelandet und dann halt ach man verdammt schade jetzt ist jetzt ist es wichtig ich möchte dass ich jetzt gerade zu früh untergehe nein und runter ja die scheiße machen vielleicht möchte ich mit runter gezogen ab eben zum schluss hat ist dann mit der vier voraus ja ich bin runter und runter gelandet das eine dinge das hätten bleibt nur ein auto lassen müssen gewonnen wir hatten vier punkte vorsprung und haben es eigentlich komplett aus der hand gegeben aber egal alles gut und das war auf dem kämpfer verlassen ja und das und das nur weil ihr auto bumsen wolltet ja aber zuerst drei hat gewinnt also 30 grund also heißt insgesamt 31 muss jetzt jemand gewinnen oder sowas oder 4030 wir machen schon 30 keine angst gewinnen ich mach dir nicht diesmal nicht ja ich glaube das wird nichts werden ich bin ich froh dass du gegen mich gefahren bist und zwar darunter oder weiß nicht kann sein ich habe es geschafft ich habe gedacht ich blick runter wieder zu früh runter ich komme gar nicht so weit man los nase hochziehen stahl ich dachte ich könnte nur hin und dagegen so wir müssen jetzt ein bisschen aufholen das spiel sagt man war eh nicht mehr bevor ich das auto nicht gekauft habe ich hab das alles geschnuppert ich hab das alles geschnuppert doch du hast mein hack erwischt und damit hast du mich runter geschoben ich wollte beidenken dass ich drauf bleibe du hast mir den entscheidenden schubs gegeben dass ich runtergefallen bin wir müssen jetzt mindestens sechs punkte mehr machen als die dann steht 20 nein immer schon trocken 8 punkte aber trotzdem hat sich gereicht mein punkt verdammt knappes ding 21 20 wir haben acht punkte gemacht und die hatte drei und hatte sechs glaube ich vorsprung oder so wir haben zwei autos auf die acht gekriegt war auf die vier gekriegt ich habe erst überlegt ob es auf die vier geht das wollen wir dann doch zu heiß ich weiß gar nicht wer jetzt gerade noch oben drüber geflogen also einer ist glaube ich auch dafür ist dann runter 5 die ist so so schwer zu treffen ja gut dafür gibt es aber halt die fünf punkte weil du halt pflanzen muss wenn diese kleine zahlen sie übrigens einer meiner lieblingsmodi hier in dem spiel 100 oder 50 stromal ist kummer aus dem shotgun ich habe so 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 Hast du die Technik gerade gesehen, die war gut. Ich habe noch gar nicht gesehen, ich habe zugesehen, das schlange, guck mal, jetzt guck mal, wie ich dich anstellen, der Ende ist schon zu tief, der andere ist zu schnell und fliegt runter. Nein, an der Kante abgefreut. Ich habe da gut gemacht, die zwei. Übrigens, ihr beiden, es gibt auch noch andere Plattformen. Ach was, wie, wie, wie. So, Moritz, komm. Alle, hopps. Oh, das vermisst. Das vermisst jetzt. Ach was. Es geht alles noch. Ich bin zu langsam. Zieh die Nase hoch. Meinst du jetzt so? Jetzt werde ich zu schnell. Jetzt werde ich zu schnell. Nein! Ach. Ja, ich hätte dich sowieso runtergeschüttet, Markus. Der Ende ist zu hoch, der Hand ist zu niedrig. Nein! Jawoll! Ja, guck der Gold. Ah, Mann. Ich hab sie meinen Punkt mehr mit mir. Mach mal, mach ich doch nie mit dir, Markus. Sonst würdest du auch mal schmusen. Oh, alter! Sag halt, das hab gesehn. Sag, Sven, so zu mir. Sag mal, mach ich das mit dir. Und dann startet er und fliegt ganz knapp an meinem Fallschirm vorbei, alter. So eine Blinse. Hast du das gerade gesehen? Hiiii! Wo willst du denn in Kev? Ja, nein. Das war zu weit. Auf die fünf wollte ich eigentlich. Ich bin auch drauf gelandet und so vorbeigerutscht. Ja, weil du, du rollst ja drüber. Da musst du schon irgendwie, glaube ich, die Kante treffen, damit das Auto abbremsen kannst. Also. Die machen mal einen Punkt mehr als wir, ne? Das ist noch gut so. Mal wieder ein bisschen Spannung in das Ding reinbringen. Wir haben jetzt. Wir haben trotzdem noch vier vor. Ihr seid vier zurück. Ja. Nein, das war zu früh. Nein. Eine Sekunde zu früh aufgemacht. Ich oder? Nein. An der Kante wieder. Wann das zweite Mal schon? Jetzt müsste es Gleichstand sein. War da gut? Worte mich nicht. Also hat auch vier Punkte. Ne, drei. So, letzte Runde. Jetzt müssen wir auf der Treue heute. Mal wieder runter. Mal wieder runter. Alter, zwölf zu elf. Ah, sie gehen alle Bilder auf der Treue. Na klar, die heute hat jetzt die sechs Punkte. Das heißt, sie brauchen wir auf vier und drei oder vier und vier. Oh, hat es gereicht, Markus? Ja. Oh. Boah, jetzt kann man beobachten, was die zwei machen. Oh, nein, das ist zu schnell. Ne, das ist zu schnell. Ne, das ist zu schnell. Ne, es reicht nicht. Es reicht, Mann. Ich glaube, drauf und der Rutsch runter. Deswegen, die Kante mit. Oh, Mann. 4, wenn ihr drauf geblieben, werden wir es gewonnen. Ich weiß, mit einem Punkt hätte ich ja dann gewonnen. Ne, 2. Oh, schade. Das hat mir 8 zu 6 gemacht. Eine mit einem, ja, schade, Mann. Google, das war gar nicht. Oh, das war gar nicht. Oh, da war auch so knappe Dinger. Oh. So, nächstes Spiel, neues Glück. Das war doch mal schön, jetzt, ja. Richtig, was entspannend ist. Wo du nicht großartig rennen musstest. Oh, Gott. Ich bin da immer bei 18 losgefahren. Oh. 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 Oh, oh.